Yo, hallo und herzlich willkommen hier da draußen, äh, wir spielen gerade eine Runde Rage Mode mit den Sagen und Wohgen in Let's Playern, wie zum Beispiel den Lyscario. Hallöchen! Und den lieben, na, wie haben wir den? Multi-Doodle-Sack! Heil! Ich hab den Start verpasst, verdammt tags! Oh, verdammt, ich wurde schon getötet. Hallo, wie soll ich? Ich wurde schon getötet. Nein! Oh Gott, Alter, ich hab gerade Heil gesagt. Du warst Heil oder Heil? Heil gesagt mit L, Alter. Egal! Hörst du mich mit meinem Nachnamen an. Ups! Was, eure Heiligkeit, was? Nein, ich hab eigentlich Heil gesagt und irgendwie ist ein Heil draus geworden. Ja, ist doch nicht schlimm. Na, höh, bloß nicht. Hä? Ich find's nicht schlimm, ich mein... Darum stimmt ja nicht! Da fehlt noch ein zweites Wort davor. Was geht ab, Mann? Sorry, jetzt rege ich mich ja richtig auf. Ich hab den so oft mit der Schere gerade gesnipet, das geht gar nicht. Hä? Habe ich gerade ein Skype-Geräusch gehört? Also bei mir nicht, nee. Was ist? Ach, ja doch, hab ich. Ich wurde gerade irgendwie angerufen. Hm, keine Ahnung. Kann das sein, dass das die Map aus Modern Warfare 2 ist? Kann sein. Ich weiß es nicht. Alter, was ist denn das für eine Rotze? Alter, was ist das denn für eine Rotze? Sag mal, bei Windows 8.1... Ey, ich hab dich getötet. Bei Windows 8.1... Ey, ich hab den getötet. Bei Windows 8.1... Kann man irgendwie bei Skype sich nicht auf Beschäftigt stellen, sondern nur auf Offline-Anzeigen oder verfügbar? Ich hab keine Ahnung, wieso. Ja, beschäftigt doch, klar, hab ich auch. Hast du doch. Also bei mir nicht. Bei mir gibt es nur Offline-Anzeigen oder verfügbar. Echt? Ja, ohne Witz. Ohne Witz. Heidewitzka. Ey, Trizant bringt genau die gleichen Sprüche wie du. Wer ist Trizant? Na, der eine Typ will ich immer aufnehmen. Okay. Ach, leck mich doch, Alter. Ich hab dich doch genauso oft getroffen, du dämlicher Hund. Ah, ist ein Schweizer. Der bringt auch die gleichen Sachen wie du. Aber ich bin kein Schweizer. Aha. Wow. Komm her da, Moodle-Tunnel-Sack. Miese Brise, Alter. Er versucht die ganze Zeit und schafft es nicht. Das kenne ich aber, wie viel Schmierdruck kostet. Ich hasse es. Ohne, ich hab meine Axt dafür verbraucht, gerade. Alter, wollt ihr mich verarschen? Fuck man, Moodle-Moodle-Dings. Kann doch wohl nicht wahr sein. Hä? Ich wurde gerade getötet, ohne dass es eine Animation gab. Ich war einfach tot. Ja, ne? Echt? Du bist ohne Animation gestorben? Haben wir sogar einen Liscario hier, der nur mit Animation sterben darf? Alter, willst du mich verarschen? Alter, was für ein Leck. Wie ich ihn gezogen habe. Ich bin der andere hinter dir. Moodle-Moodle. Moodle-Doodle. Warum hast du mich jetzt schon wieder gekriegt, du kleine Pussy? Ich hab die ganze Zeit auf dich draufgehauen. Das ist doch nicht wahr. Hast du nicht, du bist hinter mir hergehoppelt. Ihr seid so eine Hacker. Hacker. Man, ich wollte dich gerade töten. Wolltest du nicht, wolltest... Ach, leckt mich doch! Ich hasse dieses Spiel. Du meinst, das Spiel selbst ist ja nicht so schlimm. Ach, lass mich doch jetzt in Ruhe. Sprüche helfen mir jetzt auch nicht weiter. Will der mich verarschen? Er schießt mich einfach mit seiner Axt ab. Was soll das? Ich hab mich gerade selbst in die Luft gejagt. Bin ich denn bescheuert? Schnauze. Ich sehe gar nicht mehr, wo hier einer was schief. Ja, ich auch nicht. Das ist ja das. Ach, leck mich doch. Okay. Was für eine Pussy. Leck mich doch am Zyklen. Was für eine Pussy. Oh Mann, jetzt werde ich durchgehend angeschrieben. Das ist uncool. Bin ich nicht. Ich schon. Schrei. Wie hat er das gemacht? Ich hab ihn gesagt. Er hat mich einfach durch die Mauer abgeschossen. Ist das sein Ernst? War wahrscheinlich sein Ernst gewesen. War wahrscheinlich sein Ernst gewesen. Du kannst wohl kein Deutsch. Sagt der Österreicher. Warum ich doch gar nicht sagen, Alter. Entschuldigung. Ich bin Professor, Doktor, Magister, Bachelor. schenlar. Peped, Pepepepepepepepepepepe. Ey was ist denn da? Seid da vier Pfeile auf den Penner geschossen und was macht ihr? Leben? Ja. Du bist der Beste. Was macht der, ich so leben und du so? Ja. Einfach so richtig, du bleibst sogar noch ernst dabei, ich verstehe es nicht. Na, weil ich es ernst meine. Ach, Lizzy? Ne, geh weg. ich hab dich nicht getötet nein ich hab dich nicht getötet laut vertrag darfst mich nicht töten welchen vertrag alter warum ich hab dich gar nicht gesehen ich habe ja 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 ich habe dich gar nicht fokussiert doch wirklich in meinen träumen war das so ist in seinen träumen war das so in meinen bräunen träumen also das war doch mein kill ja man von hinten scheiß spawner spawnkiller alter kann aber nicht wahr sein spawns du musst mich gleich von hinten pussy mode machen hier oder was du dir sagt du dir einfach so die ganze zeit straight woanders hinguckt und dann plötzlich genau werde ich kommen die seite der map ist neu ach na endlich stimmt die gibt es doch gar nicht oder ja eben warum haben wir die jetzt freigeschossen ich hab die einfach ich hab die unnötiglich freigeschossen ja die hab ich freigeschossen hinter dir ich hab die ganze zeit auf dich geworfen geschossen was nicht getroffen wäre doch schon ewig hätten wieder hergerannt ach so ist das ja du bist also so ein typ der jeden immer unendlich lang folgt wie ein hund ich wollte dich eigentlich nur töten und hab's auch nicht geschafft hä ich bin besser als ihr zwei alter was da los ja ich bin ich wegen wegen 70 punkte unterschied alter krass ich bin ich letzter letzter ist der nicht aufgenommen hat ja du dir sagst so jetzt jetzt reicht's aber das war gut wir sehen uns in der nächsten runde wieder bis dann und tschüss ciao liebe hell hier 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 hier